Leon Müller Es ist natürlich schlecht, wenn jemand raucht, aber das ist kein Grund zur Sorge. Ich habe 15-jährige Schüler, die rauchen alle. Leider. In der Umgebung der Schule raucht er nur normale Sachen. Aber seinen Schulkollegen erzählt er noch andere Dinge. Was soll ich tun? Nun ja, es gibt da eine Firma namens Polizei, die kann sich darum kümmern. Geh mal zu ihnen. Das will ich nicht. Aber tatenlos zu sehen kann ich auch nicht. So kommen Lehrer in Dilemma. Ich war einmal als Geschworener vorgeladen, der Angeklagte war ein ehemaliger Schüler. Und das war nicht nur einmal. Ja, das ist echt schade. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, dass sie sich ihre Zukunft ruinieren.